Freunde, im heutigen Spiel mussten Emily und ich in den Killer-Fahrstuhl reingehen. Wir sind auf jeden Fall den komischsten Monstern begegnet, wie zum Beispiel Siren Head, Slenderman oder Pennywise. Also schaut das Video unbedingt bis zum Ende, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, Emily, um ehrlich zu sein, mag ich es hier richtig doll beim Spielplatz. Wir müssen doch gar nicht zum Killer-Fahrstuhl gehen, oder? Nö, ich finde, wow, wir müssen gar nicht zum Fahrstuhl gehen. Oh, aber der sieht ja doch irgendwie mega, mega cool aus, Herr Freunde. Wir müssen auf jeden Fall in diesen Killer-Fahrstuhl gehen. Und wo landen wir hier? Hallo? Moment mal, sind das Aliens? Wir sind in Area 51 oder so. Was? Alter, was ist das? Das sind einfach echte Aliens. Oh, warte mal. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, Emily. Nein, Emily wurde niedergeschnetzelt. Die Aliens sind ausgebrochen. Wer hat den Knopf gedrückt? Nein. Der Lamy-Zwillingsbruder. Oh, die sind hinter mir her. Ist das ein UFO da oben? Das ist ein UFO und ich bin tot. Wow. Was geht's hier ab, ey? Na ja. Emily, lebst du noch oder bist du gestorben? Ähm, ich glaube, mein Herz ist für einen kurzen Moment stehen geblieben. Ja, das habe ich gehört. Ich glaube, du hast hier richtig in die Hose gemacht. Oh Mann, ey. Ich glaube auch. Wow. Hier geht Party ab im Fahrstuhl. Let's go, Party. Das ist ja coole Fahrstuhlmusik, ey. Alter, das ist mega nice. Oh, ich glaube, es geht wieder los, Lamy. Okay. Oh, nächste Etage. Äh, ähm. Schwarzes Loch. Wo sind wir hier? Wow, was geht hier ab? Ähm, ich habe absolut keine Ahnung. Um ehrlich zu sein. Oh, oh. Da lacht jemand. Hast du das gehört? Ja, das konnte man nicht überhören. Oh Gott, oh Gott. Warte, war der Clown eben auch schon da? Ich glaube schon. Hey Clown, warst du vorhin auch schon da? Äh. Schon wieder? Was passiert hier? Hörst du das auch? Äh. Was ist hier los, Lamy? Äh. Äh. Was ist das denn? Äh. Lass mich in Ruhe. Nein. Oh Gott, oh Gott. Ey. Oh Mann, ey. Ey, das war ziemlich laut. Oh Mann, ey. Okay, bevor wir jetzt wieder in den Fahrstuhl gehen, Freunde, hier gibt es noch richtig viele Sachen, die wir einfach kaufen können. Was klingt denn cool? Moment mal. Eine Pizza. Okay. Oh, ja, das guckst du dir an. Aber ich gucke mir lieber diese Raketenschuhe an. Die sehen ja mal abgefahren aus. Okay, ich habe hier Raketenschuhe. Wow. Moment mal, damit muss ich jetzt sofort in den Fahrstuhl rein. Oh, kann ich damit irgendwie hochspringen? Ähm. Let's go. Was geht denn eigentlich hier ab? Oh mein Gott. Siren Head. Oh Mann, was macht denn Siren Head hier? Ähm. Aber der sieht eigentlich ganz lieb aus. Ja, ich glaube nicht, dass er so lieb ist. Let's go. Aber guck mal. Meine Raketenschuhe. Sind die nicht super cool? Hey, Siren Head. Jetzt halt endlich den Mund. Oder die Sirene. Oh Mann, oh Mann. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier? Das sieht aus. Hä? Wie ein Geheimversteck. Das sieht aus wie eine Geburtstagsparty oder so. Oh. Äh. Oh. Okay. Kennst du den? Ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, wer das war. Der sieht mir nicht so bekannt vor aus. Oh Gott. Bekannt vor aus? Ja. Der sieht mir auch nicht so bekannt vor aus. Oh Mann, oh Mann. Oh. Was war das? Äh. Hallo? Oh. Oh mein Gott, hier reingehen. Okay, okay, okay. Das ist gar nicht gut. Oh. Man kann noch hier reingehen. Let's go. Hier ist eine Geheimversteck. Geheimverstecksparty. Was? Das ist ja mega cool. Hallo? Hallo? Ich kann wirklich nichts sehen. Ey, Hilfe. Ich muss mir auf jeden Fall eine Taschenlampe kaufen. Du brauchst Feuerschuhe. Ja, oder... Moment mal. Ist das hier? Ah. Oh Mann, oh Mann. Ich habe mir die Hose gemacht, glaube ich. Was? Ich habe mich so erschrocken. Oh Gott, Freunde. Bist du schon tot? Ja, ich bin, glaube ich, im Himmel gelandet. So. Hier gibt es eine Fakka. Die holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Damit es nicht so dunkel ist. Okay, was gibt es hier? Ein Jetpack? Es gibt ein Jetpack. Was? 24 Robux. Okay, Freunde. Das kaufen wir uns auf jeden Fall. Hm. Was können wir uns hier noch kaufen? Das kaufen wir uns gleich alles. So, dann gehe ich mir einfach mal wieder rein in den blöden Fahrstuhl. Ja, ganz genau. Moment mal. Hier ist, glaube ich, Jeff der Killer. Und da ist Piggy. Das ist S. Also der Clown von S. Und was das ist? Keine Ahnung. Und Freddy. Okay, ich kenne so viele Killer. Oh, Moment mal. Es gibt noch Baldi. Ähm. SCP. Amogus. Freunde, Amogus. Schreibt alle Amogus in die Kommentare. Moment mal. Hast du dir jetzt im Ernst eine Pizza geholt? Ja, klar. Und weißt du, wie lecker die ist? Die gibt mir richtig viel Kraft. Oh. Okay. Moment mal. Ist das die Sonic? Sonic. Let's go. Und ich kann hier einfach so rumspringen. Das ist ziemlich cool. Oh Gott. Oh Gott. Das ist psychosonic. Warte mal. Ich habe einen Jetpack. Wow. Ich fliege hier. Okay. Lauf lieber. Ich laufe auch mal besser. Oh Gott, Sonic. Der ist zu schnell. Ich muss fliegen. Oh. Okay. 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 Ich habe noch überlebt, Freunde. Kein Problem. Warum kann man hier nicht drauf gehen? Ich habe Feuer. Dann wollen wir mal weiter. So. Oh. Was ist das denn? Hallo. Was bist du denn? Äh. Was ist das denn für ein Monster? Das sieht aus wie von Star Wars. Ah. Das ist gar kein Monster, oder? Hallo? Das ist ein Roboter. Oh Gott. Oh Gott. Du solltest dann nicht so nah hin. Ich glaube, der Roboter wurde aktiviert. Was geht hier? Oh. Der hat den wirklich aktiviert. Der hat jetzt die Laser Augen. Alter. Was ist das für eine Gangster-Musik? Ähm. Macht der auch mal was? Bewegt der sich? Oh. Okay. Okay. Ähm. Das war's, Lamy. Der kann sich bewegen. In der Tat. Naja. Nein. Der hat mich in der Luft geschnetzelt. Gibt es vielleicht irgendein Item, womit wir gegen die Monster kämpfen können? Das wäre auch cool. Wahnsinniges Kraftfeld. Irre Spule. Was ist das denn? Was soll das sein? Eine irre Spule? Na gut. Das kaufen wir einfach mal. Und ja, das testen wir am besten einmal direkt aus hier oben im Fallstuhl. Emily, kommst du mit? Oh ja. Ich möchte mich nur auch noch mal ausrüsten. Mhm. Mach das mal. Was nehme ich jetzt, Lamy? Was nehme ich? Ich komme. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Oh. Hey. Lebst du noch? Ich weiß nicht, ob ich nach unten springen soll. Nein. Wo sind meine Schuhe? Oh nein. Ich habe meine Fackel verloren. Hat jemand eine Fackel dabei? Oh. Aber ich bin mega schnell. Moment mal. Jetzt habe ich die irre Spule. Oh. Ich bin lila. Hilfe. Ich bin mega schnell mit der irren Spule. Schau, mein Lamy. Hä? Wo bist du denn? Ich bin einfach lila. Warum bist du lila? Ich habe diesen Trank getrunken. Ich glaube, du gehörst jetzt auch zu den Rainbow Friends Monstern. Oh nein. Ich kann nichts sehen. Soll man da runter gehen? Ähm. Ach ja, wirklich. Das ist Benny Weizen. Oh. Gehen. Okay, okay. Ich glaube, ich muss fliegen. Ja. Keine Chance gegen mich. Moment mal. Vielleicht mache ich einfach ein Rennen gegen den. Na los, hol mich doch. Du hast keine Chance. Oh. Hallo? Oh. Oh Gott, oh Gott. Okay. Oh. Oh. Es geht weiter. Oh. Was ist das denn? Oh, das sind doch die Power Ranger, oder nicht? Du hast, glaube ich, sogar recht. Oh Mann. Die sehen richtig cool aus. Am meisten gefällt mir der Schwarze. Hm. Hm. Warum gibt es denn keinen Blauen? Blau ist doch meine Lieblingsfarbe. Warum gibt es keinen Pinken? Ich liebe Pink. Tja. Dann gibt es wohl nur Jungs-Power Rangers und keine Mädchen-Power Rangers. Ey. Das ist unfair. Oh. Oh. Was? Was? Ach, das sind Imposter und keine Power Ranger. Oh Mann, ey. Alter, die kriegen mich nicht, Lami. Siehst du, wie ich hier rumrenne? Ja, die kriegen mich auch nicht. Moment mal. Das ist ja nur einer. Oh Gott. Oh. Nein, Chiara, nein. Die arme Chiara wurde umgeschnetzelt. Ey, wo bist du? Ich laufe die ganze Zeit in der Ecke rum. Oh. Nein, nein, nein. Lauf, mein Junge. Mein Freund. Oh, wer bist du denn? Moment mal. Das sind deine zwei Bodyguts. Wow, ich habe ihn überlegt. Ich habe mich gerade voll erschrocken von denen. Das gefährlichste Monster. Nein, das ist SCP. Oh Mann. Was? Da ist der. War so grün. Hallo. Wow. Okay. Er hat mich angeschrien. Oh Gott, oh Gott. Komm doch und hol mich. Wow. Okay, Moment mal. Kann der wieder hier reingehen? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Aber das ist eine gute Arena. Mhm. So. Hey. SCP-Monster kommen zu mir. Wow, wow, wow. Oh. Gefällt es, glaube ich. Oh, oh. Der macht das Kack kaputt. Das ist gar nicht gut. Hat jemand eine Fackel oder so dabei? Es ist wieder zu dunkel. Ich habe eine. Okay, dann geh mal in die Mitte. Am besten. Ja, genau. Du hast das Licht. Ich sterbe. Ich sterbe. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. 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 Ich kann absolut gar nichts sehen. Aber ich bin auch viel zu schnell für SCP. Der bekommt mich niemals. Ey. Okay, jetzt kann ich Licht anmachen. Doch nicht. Nein, warte, warte mal. Ich lege ihn ab. Oder wir haben es geschafft. Oh. Okay. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Oh Mann. Ich habe mir immer noch keine Fackel geholt. Ähm. Ich laufe einfach mal hier bei Chiara rum. Die hat eine Fackel. So, dann wollen wir mal. Äh. Aber ein Monster habe ich hier noch nicht gesehen. Emily und du? Äh. Doch. Mich. Ja, stimmt. Du bist das lilane Rainbow-Monster. Mist. Da ist es Lamy. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich sollte verschwinden. Aber was ist das denn für ein Monster? Das ist einfach nur ein Gesicht? Ähm. Ja. Ein Gesicht-Monster? Ja, ja. Ganz genau. Das reicht. Das wollen wir nicht. Oh. Okay. Aber ich würde das nicht bekommen. Emily, du bist tot, du Loser. Hey. Nur wegen dir. Oh. Jetzt ist ja auch gar kein Licht. Und ich habe gewonnen. Okay, in welchem Weltraumschiff sind wir denn jetzt gelandet? Was geht hier ab, Emily? Hallo, Lamy. Ich glaube, die gewünschte Tür ist hier. Aha. Moment mal. Da ist noch jemand, Lila. Das ist dein Bruder hier. Hey. Was geht? Oh, bei dem sieht das auch richtig cool aus. Oh, warte mal. Emily, du bist gar nicht mehr Lila. Hey, du bist ein Faker. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Slenderman. Ich dachte, Slenderman wohnt in einem Wald oder so. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hat der einfach hier so ein Weltraumschiff. Ah, du bekommst mich nicht. Du bist zu langsam, Slenderman. Hast du keine Augen im Kopf oder was? Ah, aber er bekommt nicht mich. Oh, so. Komm doch, Slenderman. Etty Batch. Du bist eine lahme Ente. So. Ich bin wieder Lila. Oh, sehr gut. Du bist wieder in deiner alten Form. Und Slenderman schnetzelt hier alle um. Moment mal. Ich glaube. Wow. Wir haben es geschafft. Ja. Okay, Freunde. Ich bin einfach wieder am Spawn, um mir ein paar Sachen zu kaufen. So. Auf jeden Fall jetzt die Fackel. Wir brauchen Licht. Moment mal. Hier gibt es sogar grünes Licht. Ähm. Aber das ist nicht so hell. Ich glaube, das Licht. Oder warte mal. Warum ist es so dunkel geworden? Oh Mann, oh Mann. Ich kann mir gar nicht mehr die Sachen angucken. Hey. Darf ich nicht mal Sachen shoppen gehen? Oh. Jetzt habe ich mir irgendwas gekauft aus Versehen. Was ist das denn? Ähm. Okay. Heilungs Potion. Na gut. Das wollte ich jetzt aber nicht kaufen. Naja. Hier gibt es noch ein wahnsinniges Kraftfeld. Okay. Und Emily. Wie bist du eigentlich lila geworden? Ähm. Durch diese lila Potion. Lila Potion. Okay. Warte mal. Ich kaufe ihm mal diesen irren Trank. Für 62 Robux. Und das testen wir jetzt erstmal alles aus. Mal gucken, welche Farbe wir von dem irren Trank bekommen. So. Und. Oh. Okay. Hier geht es auch schon direkt weiter. Moment mal. Ist das draußen nicht die Granny? Ähm. Warte mal. Oh. Ja. Was macht die da? Die sind zu Hause gegangen. Bericht die dem Haus ein? Alter. Okay. Warte mal. Dann trinke ich erstmal die Post. Wow. Ich bin rot, Emily. Alter, laber nicht. Wupp. Bist du das hier? Oh ja. Ich bin der brennende Lami. Das sieht wirklich auch mega cool aus. So. Ich habe hier noch so ein Kraftfeld oder so. Aber ich habe keine Ahnung, was das hier irgendwie macht. Naja. Und eine Heilungs Potion. Die habe ich auch noch. Eine grüne Fackel. Eine normale Fackel. Und Granny ist hier. Oh Mann ey. Was geht ab, Granny? Ist alles weiß. Ist das Nebel? Oder raucht hier jemand? Ja, Granny hat glaube ich. Oder warte mal. Die Granny brennt vielleicht. Deswegen ist hier so viel Rauch. Okay. Aber ich bin auf dem Dach. Hast du dir nicht die Schuhe geholt? Nee. Aber Moment mal. Ich kann hier auch einfach so hoch springen. Okay. Dann komm mal. Wow. Okay. Das war schon. Ich war fast da. Naja. Ich bin auf jeden Fall mega schnell. Und ich brenne hier die ganze Zeit. Kann ich den anderen Leuten hier Schaden machen, weil ich brenne? Lava. Warte. Lami tut denen nicht weh. Oh, warte mal. Ich brenne und ich tue denen wirklich weh. Nein. Das tut mir leid. Oh Gott. Oh Gott. Die sterben hier alle wegen mir. Oh Mann. Du bist der eigentliche Mörder. Ja. Und guck dir das mal an, Emily. Ich habe hier einfach eine Pizza bekommen. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Hast du die etwa mir geklaut? Oh nein. Das stimmt doch gar nicht. Die habe ich irgendwo gefunden am Straßenrand. Du weißt schon. Oh, guck mal. Hier ist ein Feuer, Lami. Ein Feuer? Moment mal. Ich bin auch Feuer. Ich brenne da. Wow. Bist du etwa Feuermann? Ja. Oh. Moment mal. Ist das hier nicht Pennywise? Äh. Schon wieder? Oh, warte mal. Du hast recht. Oh Gott, oh Gott. Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Pennywise ist, glaube ich, ein bisschen schneller als die anderen Monster. Aber auch nicht so schnell wie wir. Wir sind auf jeden Fall die Schnellsten. Und Emily, holt er dich etwa gerade? Aua. Emily, da liegst du. Nein. Du armes kleines Mädchen. Oh ja. Der böse Pennywise. Das kriegst du zurück. Okay. Wo sind wir hier gelandet? Moment mal. Ist das hier eine Kirche oder so? Hallo. Und wer ist das? Chiara? Oh mein Gott. Chiara, die hüpft einfach auf den Monster herum. Oh. Oh. Was ist das denn? Emily, bist du auch noch am Leben oder bist du schon lange tot? Ähm. Ich war da oben im Schornstein. Heißt das so? Ah. Du warst ja Schornsteinfeger. Verstehe. Ein harter Job auf jeden Fall. Was redest du da? Ich habe mich nur darin versteckt. Ey. Aha. Okay. Verstehe. Okay. Jetzt sind wir hier. Wird mal in der Wüste gelandet. Oder warte mal. War das nicht die Station, wo Siren Head hier war? Ähm. Was sagst du da? Siren Head. Okay. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ein Gefühl, dass gleich Siren Head kommt. Oder? Oh. Hier ist eine Bank, Lamy. Sollen wir die ausrauben? Eine Bank? Wo? Ich will auch eine Bank ausrauben. Und hier ist wirklich ein Safe. Alter. Hey. Wo ist die Bank? Ist das die Bank? Ja wirklich. Ich mache ein Feuer. So. Okay. Dann lass uns mal die Bank ausrauben. Hier der Tresor. Na los. Brenn ihn auf oder so. Ich habe leider wirklich nichts, außer eine leckere Pizza. Die Pizza hilft uns jetzt auch nicht weiter. Moment mal. Da vorne ist er. Da ist Siren Head. Alter. Sollen wir mal zu dem gehen? Ja. Lass uns ein Bild mit ihm machen. Nein. Er wollte kein Bild mit uns machen. Wie unfair. Okay. Jetzt ist es wieder so dunkel hier am Fahrstuhl. Und die Fackel bringt uns auch nicht viel, Emily. Na gut. Ich kann hier gar nichts im Raum sehen. Was ist denn hier los? Oh. Oh. Moment mal. Hä? Kuscheln die etwa mit dem Monster? Wer ist dieser Typ da? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich wurde noch umgeschnetzelt. Wie unfair. Oh Mann. Aber Freunde. Das war es auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ja gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und schreibt mir auch in die Kommentare, welches Roblox-Spiel wir im nächsten Video spielen sollen. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Und ihr könnt links und rechts jetzt noch die letzten 5 Videos abchecken. Und tschau. Peace. Peace. Eh?